Paulus steht da zuerst! Wo sind die Stichzahlen? Wo sind die Stichzahlen? Danke! Ich zieh das jetzt an! Hilfe! 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 Das ist ein Auto-Memmer-Boot! Links rückwärts! Links rückwärts! Links rückwärts! Richtung rückwärts! Richtung rückwärts! Richtung rückwärts! Richtung rückwärts! Richtung rückwärts! Ich dachte, die Mauer hätte ich stationiert an der Brücke. Da sind wir hier gedreht! Jetzt! Alle vorwärts! Alle vorwärts! Jetzt! Alle vorwärts! Ahhhh! Super! Und jetzt? Charlie hat der beste Platz! Na, tschau, die Autos haben. Mein Autos kommt auf. Nee, haltet euch fest. Was? Ein Horidou. Gas, 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 komm! Herr Ahrweiler, was ist das? Was ist das für ein Tempo? Warte! Nein! Vier! 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 Herr, was muss ich denn mit der Hände machen? Woaa? Danke. Danke.